Ich bin definitiv Maserati-Fan aus Sehnsucht. Ich glaube, das geht zurück zu meiner Zeit als Kind. Mein Vater war ein riesiger Autofan und ein Traum von mir war es schon immer, einen Maserati zu fahren. Ich hatte schon immer Affinität für Geschwindigkeit. Zum einen bin ich schnell auf dem Velo unterwegs und es ist natürlich genial, schnell mal einen Pass zu fahren mit dem Maserati. Da kommen sicher ähnliche Gefühle hin, einen ähnlichen Adrenalin-Rush. Ironman Triathlon ist natürlich eine Extremsportart und ein grosser Teil davon ist, sich am Limit zu bewegen und zu wissen, wo das Limit ist. Und das ist auch das, was mich fasziniert. Immer wieder raus zu spüren, an das Limit zu gehen. Darum trainiere ich jeden Tag. Natürlich auch für ein Ziel, aber es geht mir auch darum, meinen Körper in die bestmöglichste Position zu bringen, so fit wie möglich zu werden, um dann einfach am Wettkampf abzuliefern. Ein ganz wichtiges Attribut in meiner Karriere war die Beständigkeit, über so lange Zeit erfolgreich zu sein. Darum bin ich auch sehr glücklich, dass ich mit Maserati auf ein beständiges und zuverlässiges Auto bauen kann. Jeden Morgen, wenn ich in meinen Maserati reinsteigen kann und ich stelle den Motor an, dann ist das einfach ein schöner Moment. Der Motor und den Klang geniessen ich jedes Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017